Liebe, die Kunst des Lächelns, schon nie was Neues? Nein, es ist etwas Elementares, weil hinter einem Lächeln sich eine Geisteshaltung verbergen kann und sollte. Und ich freue mich heute, den Gottfried Sumser hier in der Leitung zu haben. Und Gottfried wird sich mit Sicherheit gleich selber vorstellen. Aber was uns verbindet, ist ein Buch, was mich nachhaltig beeinflusst hat in meinem Leben, nämlich der Kurs in Wundern. Ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Gespräch mit Gottfried Sumser und jetzt geht's los. Ja, herzlich willkommen Gottfried. Ein Freund hat mich auf dich aufmerksam gemacht und siehe da, ich finde da auf deinem YouTube-Kanal für jeden Tag, der Kurs in Wundern hat ja für jeden Tag eine Übung, dass du tatsächlich diesen Kurs, ich weiß nicht, bei 350 irgendwo bist du jetzt, glaube ich, also kurz vor Ende. Der hat ja 365 Übungen. Magst du kurz dich vorstellen und wie du zu dem Kurs in Wundern gekommen bist? Und dann kommen wir zu dem eigentlichen Thema, die Kunst des Lächelns. Ja, also hallo, also erstmal herzlichen Dank für diese Einladung und für die Möglichkeit, den Kurs in Wundern noch mehreren Menschen zugänglich zu machen. Ich bin 1995 zum Kurs in Wundern gekommen und da hatte ich das Gefühl, das ist es. Ich habe zwar nichts verstanden, aber das ist es. Und wie bin ich dazu gekommen? Letztendlich, ich war schon immer auf der Suche irgendwo nach Spirit, nach Gott, nach der Quelle, nach der Liebe, nach der Einheit erwachen oder all diese Dinge und habe viele Techniken, Methoden und so weiter, sind mir da auf der Suche begegnet und ich bin letztendlich mit allem gescheitert. Also mein Scheitern hat mich letztendlich zum Kurs im Wundern gebracht. Ja, das mag paradox sein, aber dennoch ist es so, denn der Kurs im Wundern ist für mich die ultimative Lehre. Er hebt mich ab, also er holt mich dort ab, wo ich bin zum einen und er bringt wirklich die Lösung herbei, denn die Lösung ist nicht in der Welt. Und bis ich das verstanden habe, hat es doch noch ein paar Jahre gedauert. Jetzt haben wir 2021 und wie du sagst, ich spreche jeden Morgen einen Podcast auf, wo wir jeden Morgen uns mit dem Inneren lächeln, so kann man es sagen, mit unserer majestätischen Aufgerichtetheit in Verbindung setzen. Denn so wie du den Tagst beginnst, so wird er enden. Und irgendwann habe ich selbst in meiner Bocklichkeit verstanden, hey, wenn ich glücklich sein will, brauche ich erlösende und glückliche Gedanken. Und der Kurs im Wundern bietet sie mir jeden Tag aufs Neue an. Und so habe ich mich immer tiefer in das eingelassen, bis vor fünf, sechs Jahren habe ich dann endgültig Ja gesagt zum Kurs im Wundern. Und man muss verstehen, als ich den Kurs begonnen habe, da hat man noch Postkarten geschrieben und Smartphones war nur eine Idee von ein paar Leuten. Und mit Fax hat man sich informiert und es gab noch kein Internet, zumindest so, wie ich es verstanden habe. Und so war ich ganz alleine unterwegs. Ich war letztendlich 20 Jahre völlig alleine unterwegs mit diesem Kurs. Ich habe ihn irgendwo mal so ein bisschen zaghaft in die Welt hineinbringen wollen, aber ich hatte immer Angst oder Respekt davor, dass die Leute mich so in die religiöse Ecke abtun. Und jetzt kommt er mit Gott und mit Schuld und all diesen Dingen. Letztendlich wollte ich das nicht. Dann habe ich es immer versucht, umzuformulieren, damit es irgendwie in die Welt passt. Das ist mir aber auch nicht wirklich gelungen. Und heute gebe ich mich ganz und gar diesem Inhalt und diesen Worten und Begriffen hin. Denn die Worte sind es nicht, die uns befreien, sondern die Praxis. Du hast das eben wunderbar beschrieben. Du hast Angst gehabt, in deinem Umfeld als religiös zu erscheinen. Das ist sehr spannend, denn es ist das Ergebnis einer Umerziehung, sage ich mal seit 100 Jahren, uns materialistisch denken zu lassen und damit halt auch klein zu halten, wenn wir die Vertikale aus unserem Leben ausschließen und nur die Horizontale liegen. Ich denke aber, es ist auch eine Zeitqualität, dass in diesen letzten 25, 30 Jahren es eine Bewegung gegeben hat, hin zu einer Offenheit gegenüber dem Transzendenten. Denn Anfang der 90er wurden wir auch in dem Institut, wo ich gearbeitet habe, über Steiner, Willem Reich, Tesla oder so, wurden wir mit Häme überschüttet. Mit Häme überschüttet und das Stadtmagazin da in Hannover, wenn man das heute aufschlägt, kannst du dich vorstellen, dass die uns damals beschimpft haben, so ein Schwachsinn oder sonst was. Das ist heute voller Esoterik. Du hast am Anfang gesagt, ich habe kein Wort verstanden. So ging es mir tatsächlich 2006, als ich mir diesen Kurs, kurz bevor ich ins Kloster ging, angeschafft habe. Ich habe eine Dreiviertelseite an Tag geschafft. Also die Sprache, ich habe nie etwas Radikaleres gelesen, also im wahrsten Wortsinne, also an die Wurzel gehend wie den Kurs, weil es sagt sich schnell mal, wir sind alle eins, ja und die Quantenphysik hat das auch beschrieben oder so. Aber unsere Sprache ist ja die Sprache der Trennung. Ja und die Sprache des Kurses ist die Sprache der Einheit. Und wie das, also ich bin du und du bist ich und also innen und außen kein Unterschied mehr. Aber so, boah, das hat mich am Anfang ganz schön was gekostet, aber ich habe es dann irgendwann schaffen können, ja, habe tatsächlich auch mit kaum jemandem darüber sprechen können. Wie kannst du diesen Turning Point für dich, diesen Punkt beschreiben, wo du dann sagst, okay, jetzt gehe ich voll und ganz drauf los? Ja, also der Inhalt war mir völlig fremd, aber nicht, weil er mir fremd war, sondern weil ich Widerstand geleistet habe gegen das, was da drin stand. Ich habe Widerstand geleistet und der Turning Point, der war, ich glaube, also ich kann jetzt, ich bin mit Jahreszahlen gar nicht so gut, er war so vor vier, fünf Jahren. Da habe ich mal endlich begreifen wollen, was, weil es hat nichts mehr in meinem Leben funktioniert. Und dann habe ich endlich begreifen wollen, was da steht. Und dann habe ich mich begonnen zu definieren. Ich habe die kleine Bereitschaft hereingebracht. Von der, der Kurs im Wunder spricht immer nur von der kleinen Bereitschaft. Und endlich habe ich die kleine Bereitschaft hereingebracht, keinen Widerstand mehr geleistet, sondern ich wollte wirklich Frieden erfahren. Und das hat sich dann so gezeigt, ich habe mir gesagt, okay, ich bin jetzt bereit zu dienen. Ich will der Liebe dienen. Ich habe zwar null Ahnung, wie das aussieht, ich weiß nicht, wohin das führt, aber ich möchte einfach nur noch einen Diener. Man sagt auch im Kurs, ich möchte ein Diener Gottes sein. Ich möchte ein Diener der Liebe, des Lachens, der Freude sein. Und diese Entscheidung, aber die kannst du nicht machen. Du kannst jetzt nicht hingehen, ich mache das auch. Sondern es ist so ein tiefes Gefühl, so hey, okay, ich habe bemerkt, die Welt, so wie ich sie haben will, das funktioniert nicht. Also meine Beziehung verändert sich nicht. Egal, in welchen Beziehungen ich bin. Ich finde immer etwas, wo ich leiden oder wo ich schmerzen oder wo ich Konflikte erfahren kann. Aber wenn ich hilfreich bin in der Beziehung, wenn ich mich dazu bemühe, dass wenn ich die Beziehung unterstütze und nicht immer wieder meine eigenen Blockaden davor schiebe, dann bin ich ein Diener der Liebe. Und das war so dieser Turning Point, der mich heute immer wieder weiter ausdehnt, immer mehr und mehr in diese Liebe hineinbringt. Und dann hat sich ein Feuer in mir eröffnet, das ich gar nicht beschreiben kann. Und das mich dazu veranlasst hat, seit fast, ja, seit zwei Jahren spreche ich jeden Morgen einen Podcast auf. Ja, und es sind inzwischen tausende Leute, die sich daran orientieren können und auf dieser Grundlage den Tag beginnen. Und das ist für mich einfach nur großartig. Der Gottfried kann das nicht tun. Das macht das Hohe Selbst, der Heilige Geist, wie es im Kurs genannt wird, die Ausdehnung der Liebe. Die will, dass wir uns an die Wahrheit erinnern. Und um in der Wahrheit zu sein, müssen wir gar nichts tun. Wir müssen in der Welt nichts Besonderes leisten. Wir können also alle unsere Doktortitel oder sogenannte Errungenschaften, unsere Bankkonten oder was auch immer es ist, können wir einfach nur einmal hinter uns lassen und tatsächlich in die Erinnerung Gottes gelangen. Und dort werden wir den Frieden finden. Und wer in Frieden ist, der sucht in der Welt keinen Konflikt mehr. Und da sind wir an einem sehr entscheidenden Punkt. Wenn du im Konflikt bist mit irgendetwas, dann suchst du ihn. Du hast ja eine wunderbare Beschreibung der Liebe gebracht. Das ist das an Beziehung. Beziehung und das, was verbindet. Und wir bekommen ja jetzt gerade wunderbar gespiegelt, ja, in dieser Zeit, dass der Trumpf das Spaltende ist, das Trennende. Also die Aufteilung der Bevölkerung in die, die sich spritzen lassen, die sich nicht spritzen lassen und so weiter. Also überall das Trennende als die Errungenschaft. Abstand ist die neue Nähe und so weiter. Also eigentlich so die satanische Umkehr. Liebe ist dann aber auch vor allen Dingen Vertrauen. Und das Verbindende. Der Antichrist, ja, möchte ich mal sagen, das Ego sucht seine Selbstbestätigung in der Trennung. Ja, und wenn wir heute in die Welt schauen, dann sehen wir einfach nur das Ego in seinem Wahnsinn. Aber das ist nichts Neues. Schon durch alle Zeitalter hindurch hat sich das Ego in seinem Wahnsinn gezeigt. Und jetzt sind wir aufgefordert, wir, die heute dieses Interview hören, wir, die heute aufgefordert sind, das Licht hereinzubringen, es auch zu tun. Und nicht mehr die Spaltung wahrzumachen. Denn auch das ist eine Illusion. Also wir können uns daran orientieren. Alles, was vergänglich ist, ist eine Illusion. Ich kann sie immer wieder wahrmachen, weil ich daran glaube und dagegen kämpfe. Dadurch schütze ich die Illusion. Oder ich gebe sie meinem inneren Heiler, meinem inneren Therapeuten, meinem hohen geistigen Selbst, dem Heiligen Geist. Ich möchte nicht mehr wahrmachen, was mich unglücklich macht. Wir sind doch so leicht verführbar. Ah ja, guck mal, da ist wieder, da ist das Problem. Das ist die Spaltung. Und jeder Einzelne hier wird hier im höchsten Maße sehr schnell verführt. Und du und ich, wir sind eingeladen, dieses Gedankensystem nicht mehr zu unterstützen. Denn wenn du einen negativen Gedanken hast, dann wirst du hunderte weitere Gedanken diesbezüglich in dir finden. Es werden hunderte weitere Gedanken kommen zu dir, die das unterstützen. Wenn du einen majestätischen Gedanken in dir trägst, einen non-dualen Gedanken, ich bin Christus, eins in Gott, dann wird dieser Gedanke weitere hunderte hinzufügen. Und so kommen wir mehr und mehr in dieses Gewahrsein hinein. Und wir lernen, was wir wirklich sind. Und ich möchte nochmal betonen, in der Welt findest du nichts, gar nichts. Ich sag doch, ich finde was. Und zwar, dass, was in dem, ich grüße Gott in dir, also grüß Gott, dass ich einem anderen Menschen begegne, als eben auch ein Ausdruck dieses einen großen Bewusstseins, was wir Gott nennen, oder so, und dann kommt schon ganz was anderes raus. Genau. Wenn ich ihm in dieser Grundhaltung begegne. Genau. Völlig richtig, natürlich, ja. Und darauf wollen wir jetzt hinaus, ja. Also wenn ich Glück in der Welt suche, also indem ich etwas verändere, dann habe ich ein Problem. Aber wenn ich Gott in allem grüße, was eine wunderbare Aufgabe ist, dann beginnt mir die Welt zu dienen. Und ich bekomme gerade einen Schauer, ja, die Schönheit, ja, in den Menschen die Schönheit zu suchen und zu finden. Ja. Egal, wie sie aussehen, egal in welcher Situation sie sind und sie nicht quasi in ihrer Selbstillusion zu unterstützen. Ja. Also es gibt ja gerade in unserer gesundheitsorientierten Gesellschaft eine Überidentifikation mit Krankheit. Ja. Ja. Und wenn ich diese Illusion in meinem Gegenüber nicht unterstütze. Ja. Genau, Götz, darum dreht es sich. Wenn ich diese, aber wenn ich sie unterstütze, dann mache ich sie zu meiner. Ja, wenn jemand kommt zu mir und über seine Krankheit klagt oder über seine Familie oder über den Coronavirus oder, 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 und ich das unterstütze, dann mache ich die Trennung in ihm und in mir wahr. Wahr. Wenn, wahr, ja, also, und, und dann ist das für mich Realität und es ist ein in sich geschlossener Kreislauf, in dem es scheinbar keinen Kommen gibt. Und du, stell dir mal vor, du gehst einfach nur hin, angenommen, du nimmst eine Krankheit wahr oder jemand klagt über irgendeine Situation und du sagst zu dieser Person, du und ich, wir sind erlöst im Geiste Gottes. Was passiert dann? Und dann beginne ich mich das selbst zu lehren. Ich habe mich über viele Konditionierungen, habe ich mich gelehrt, dass Krankheit existiert, dass der Tod existiert, dass die Schmerzen und die Probleme existieren. Und der Kurs im Wundern ist letztendlich ein Verlernen von Leiden, ein Verlernen von Angst, ein Verlernen von Schmerz, Leid und Tod. Denn wir sind das ewige Leben. Jesus, der coole Bruder, mein Lehrer, der lehrt mich das jeden Tag. Du bist das ewige Leben. Aber solange ich die Krankheit noch wahrmache, solange ich den Schmerz und den Tod noch wahrmache, will ich lieber sterben, anstatt das ewige Leben für mich wahrzumachen. Und das ewige Leben ist natürlich ein geistiger Zustand, denn wir sind Geist. Du bist Geist in Gottes Geist. Du bist ein Gedanke Gottes und der ist unveränderlich. Ewige Ausdehnung der Freude. Was hat der Kurs eigentlich gesagt? Also ich habe eine Szene sozusagen in Erinnerung und der Christus dachte, was passiert, wie wird sich das anfühlen, wenn ich glaube, ich sei getrennt? Und der Christus vergaß zu lachen. Genau, und der Christus vergaß zu lachen, ja. Und daraus entstand diese ganze Welt, diese sogenannte manifeste Welt. Er hat begonnen, einen Traum zu träumen und hat vergessen zu lachen, hat vergessen, darüber zu lachen. Dass es ein Traum ist. Dass es ein Traum ist, genau. Und das ist eben für den, ich möchte mal sagen, ungeschulten Geist, ja, ist das völlig was. Was? Diese Welt ist ein Traum. Das ist doch alles Realität. Uns wurde schon in den östlichen Philosophien, im Buddhismus, wir können bis hineingehen in den Nord- oder Südamerikanischen Schamanismus. Dort finden wir alle die Aussage, die Welt ist ein Traum. Und wenn ich heute Nacht einen Traum hatte, angenommen, ich bin Auto gefahren, es saß jemand neben mir, wir haben die schöne Landschaft angeschaut, wir haben einen Umfall gebaut oder wir haben keinen gebaut, wir haben das Meer gesehen, wir haben die Berge gesehen. Denn wer, wo ist der Ursprung des Traums? In meinem Geist. Und ich kann mich in diesem Traum völlig verlieren. Ich kann mich darin völlig vergessen. Und ich kann dieses Problem, das da ist, so wahr machen, dass ich ein ganzes Leben damit verbringe, dieses Problem zu lösen. Aber lass mich erkennen, dass meine Probleme gelöst sind. Das ist eine Lektion des Kurses im Wundern. Und dann, wenn ich das erkenne, dann beginne ich innerlich zu lächeln. Es ist ein leises, stilles Lächeln auf die Welt. Und wenn ich leise und still auf diese Welt lächle, betrachte ich sie als erlöst. Es ist ein Traum. Und wenn ich die Illusionen loslasse, wenn ich sie nicht mehr wahr mache, wird die Welt mich nicht mehr angreifen können. Also ich erlebe das einfach. Die Spaltung, von der die Welt berichtet, die ist für mich nicht verfügbar. Ich kann sie nicht finden. Ich sehe schon die Probleme der Menschen. Und ich kann darauf eingehen. Aber ich kann auch die Lösung anbieten. Es ist nicht mehr verfügbar. Und das ist ein großartiges Geschenk. Und so benutzen wir dann den Körper nicht mehr, um den Leid und das Schmerz wahrzumachen, sondern Erlösung hereinzubringen. Du bist das Licht der Welt. Aber du hast es vergessen. Und es braucht einen. Einen braucht es, der das Licht anmacht. Angenommen, wir sitzen jetzt in einem dunklen Raum. Und das sind 10.000 Leute. Eine Million. Eine Milliarde Leute. Der Raum ist völlig verdunkelt. Und einer weiß, wo der Lichtschalter ist, ist für eine Milliarde Leute das Licht an. Und sie sehen plötzlich wieder. Und es ist kein Dämmerschlaf mehr. Und es ist keine Kompromisse mehr. Und dort ist dein Schatten. Und da ist Gefahr. Sondern du siehst klar. Und du merkst dann plötzlich in dir, hey, meine Angst ist völlig unbegründet. Und Probleme existieren nicht. Also wir müssen die Schleier des Vergessens einfach von unserem Geist entfernen. Denn die Welt ist unser geistiger Zustand. Und dann werden wir Licht hereinbringen. Und das Licht ist es, das uns befreit. Könntest du nochmal vielleicht auf den Punkt kommen. Welche Geisteshaltung, du hast es schon angedeutet, sich hinter dem Lächeln oder in dem Lächeln manifestiert? Das ist der Christus. Der Christus, der du bist. Du bist der Christus. Jesus hat gesagt, so und jetzt bist du dran, folge mir nach. Und du bist der Christus. Und das ist der, oder der lächelnde Buddha. Nenn es, wie du willst. Es dreht sich nicht um Worte. Denn wir beschäftigen uns hier nicht mit Religion. Sondern mit einer freien Erfahrung. Es ist deine Christusnatur, die auf alles sanft. Und mit jedem Lächeln, das du der Welt schenkst, erlöst du die Welt. Und die Welt wird ihre Tränen abwischen und ihren Schmerz vergessen und mit dir nach Hause gehen zu Gott. Wenn wir beginnen, die Welt zu lieben, in unseren Beziehungen, in all dem, was wir erfahren, dann geht die Welt mit uns nach Hause. Du und ich, wir sind jetzt erlöst. Da war jetzt gerade bei mir der Ton weg. Kannst du den letzten Halbsatz noch mal wiederholen? Du und ich, wir sind jetzt erlöst. Ja, also für den Zuschauer, der, sag ich mal, von der Kirche, ja, nix wissen will, zu Recht, zu Recht, für den Gott eher ein rotes Tuch ist, Ja, weil man ihn als strafender, belohnender, belohnenden Vater, ne, strengen Vater, ne, dann haben wir da im Katholischen halt auch den Heiligen Vater oder den Padre, ne, und so weiter. Wie kann man diesen Menschen so eine Botschaft, also ich habe gerade die Assoziation, ich habe gestern Abend die Truman Show noch mal geguckt, was so auf unsere Welt gerade, ja, also diese Illusion, ja, diese Illusion, die uns da vorgegaukelt wird und vor allem die Sicherheit, ne, da im Außen. Wir, ne, du bist mein Baby, also ich habe dich erschaffen und bleib in diesem Kokon, beziehungsweise unter dieser Kuppel und schau da ja nicht raus. Da draußen ist eine böse Welt, eine böse Welt oder so. Also wie kann man Menschen, die mit dem, sag ich mal, religiösen oder christlichen Vokabular nichts, aber auch gar nichts anfangen können und, sag ich mal, eine, sich schwer vorstellen könnten nach 100 Jahren Materialismuserziehung, dass da eine Kraft in uns wirkt, die es gut mit uns meint. Wie kann man dem das nahe bringen? Genau, das ist die Kunst. Also vielleicht noch mal, um auf die Begriffe einzugehen, Gott weiß nicht, dass er Gott ist. Also Gott nennt sich nicht selbst Gott. Das sind Begriffe, die wir gemacht haben. Und die Sonne weiß nicht, dass sie die Sonne ist, aber dennoch gibt sie uns etwas. Und wenn wir, also die Liebe liebt alles. Neben mir kann ein Verbrecher stehen, der zwölf Morde begonnen hat, den wärmt die Sonne gleichermaßen wie mich. Und so liebt die Quelle, sagen wir jetzt mal die Quelle, die wir hier Gott nennen, uns gleichermaßen. Aber du hast etwas Wunderbares hereingebracht. Wie kann ich glauben, dass es eine Kraft gibt, die es gut mit mir meint? Und das ist ja auch dieser alte Konflikt, dieser alte Gotteskonflikt. Und ich glaube, der Kurs im Wundern wurde genau deshalb auf diese Art und Weise geschrieben, um diesen alten Gotteskonflikt, den wir über viele Inkarnationen wieder mit hierher gebracht haben, um den in unserem Geist zu lösen. Und seit ich begriffen habe, dass es etwas gibt, was es gut mit mir meint, nennen wir es nochmals Gott, seitdem habe ich ein tiefes Vertrauen da drin. Und es ist so wertvoll, Vertrauen zu haben. In was kann denn der Mensch, der sich getrennt von allem fühlt und hier irgendwo überleben muss, in was kann der denn vertrauen? Nichts. In Wirklichkeit nichts. Die Finanzen scheinen auch nicht so stabil zu sein. Und die Natur ist es auch nicht. Und der Partner ist es auch nicht. Also auf was soll ich vertrauen? Und diese höhere Kraft der Ordnung, diese ausgleichende Kraft der Liebe, auf die können wir immer vertrauen, denn sie straft uns nicht. Da gibt es keine Strafe. Es gibt keine Sünde. Heute Morgen habe ich einen Podcast aufgesprochen vom elften Gebot. Und das elfte Gebot bedeutet, du bist erlöst. Du bist frei. Du bist geliebt. Du musst überhaupt nichts tun, sondern dich nur daran erinnern. Und hierin werden alle anderen zehn Gebote obsolet. Sie haben eh noch nie eine Bedeutung gehabt. Aber hierin wird es deutlich. Und die Religionen haben uns das nicht geliebt. Die erzählen uns, Erlösung findest du dann, wenn du dies, 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 dies tust. Und wer schafft das? Keiner schafft es. Und deshalb sind wir natürlich schuldig. Und wer schuldig ist, kann nicht glücklich sein. Ich glaube, darum geht es, also nach meinem Verständnis im Kurs in Wundern, genau dieses Thema Schuld. Ja, wo wir Deutschen ja ein Wettmeister sind, also oder ein Meister der Schuld angeblich, aber auch vielleicht das Volk, was stellvertretend für die ganze Welt dieses Thema erlösen könnte. Und wenn ich den Kurs richtig verstanden habe, geht es eigentlich nur um diese kleine Bereitschaft. Du hast es im Vorgespräch für dich beschrieben. Diese kleine Bereitschaft, alle Vorstellungen von Schuld und damit von Wertlosigkeit, Getrenntheit, weil Schuld und Trennung ist für mich sozusagen, da kann man Gleichheitszeichen zwischen machen. Deswegen sind Trennungstraumata aus meiner Sicht Schuld erzeugende oder Schuldillusion erzeugende Geschehnisse, dass es um diese kleine Bereitschaft geht, die Illusion gehen zu lassen. Genau. Es ist diese kleine Bereitschaft. Wenn wir in dieser kleinen Bereitschaft sind, kann uns das, kann uns die Liebe, also ich benutze das gerne, es gibt so ein Buch, die Ein-Prozent-Methode. Und das habe ich so für mich adaptiert. Es ist die Ein-Prozent-Bereitschaft, die wir brauchen, um Frieden zu erfahren, damit die Liebe uns 99 Prozent entgegenkommen kann. Also wir müssen nicht vollkommen sein. Wir müssen uns nicht, und das ist ja oftmals das Fatale, ja, ich muss mal erst perfekt werden. Ich muss erst mal, was weiß ich, was für Ideen wir haben. Ich muss das Bankkonto füllen, ich brauche eine gute Frau und ich brauche einen guten Job und dann, nein. Es mangelt uns immer an Liebe. Und diese kleine Bereitschaft, hilfst du mir, hilfst du mir, oh selbst, diese Situation anders zu sehen. Und das bringt schon die Bereitschaft herein. Wenn ich irgendwo im Konflikt bin, kann ich immer wieder fragen oder kann ich immer wieder die Bitte äußern, hilfst du mir, dies anders zu sehen. Ich scheine Schmerzen zu haben, hilfst du mir, das anders zu sehen. Hier habe ich ein fettes Problem, hilfst du mir, das anders zu sehen. Und ich kriege ziemlich viele Anrufe oder E-Mails, wo die Menschen dann klagen, ja, mein Mann, meine Frau und Corona und die Spaltung und diese, jene. Dann sage ich, nein, das ist nicht dein Problem. Dein Problem ist der Mangel an Liebe. Und wenn du den Mangel, wenn du diesen Mangel in dir aufgibst, dann wirst du diese Probleme nicht mehr wahrmachen können. Mangel an Liebe. Und das ist das innere Lachen. Meine erste Predigt, die ich geschrieben habe im Studium, war die Senfkorn-Predigt. Und da ist ja auch, also dieses Bild, der Senfkorn ist einer der kleinsten Samen, die wir haben. Aber wenn es in die Erde, in die fruchtbare Erde geht, das, was da rauskommt, überragt alles. Also sei dein Vertrauen noch so klein, leg es in den Boden. Leg es in den Boden und trau dich. Trau dich. Und du hast eben einen wesentlichen Aspekt mit reingebracht. Unsere Welt ist eine Illusion. Und die, die diese Illusion aufrecht halten, sind wir selber. Angeleitet, natürlich durch bestimmte Kräfte, die dadurch einen Vorteil bekommen, sei es jetzt unsere Energie, die Aufmerksamkeit sozusagen abschöpfen. das heißt, ein Grund, was heißt Problem und dadurch auch die Lösung, ist unsere Aufmerksamkeitsenergie aus dieser Illusion abzuziehen. Genau. Und eine andere Wahrnehmung zu halten. Weil du sagst, ich bitte dich, lass mich das jetzt anders sehen. Eine der ersten Übungen, glaube ich, im Kurs, kann ich mich erinnern, dass man einen Bleistift anschaut und ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Ja, Mann. Boah, das war Mann. Also wie, kannst du unseren Zuschauern vielleicht oder Zuhörern einen kleinen Hinweis geben, wie sie dies schulen, also eine andere Wahrnehmung. Einmal ist diese Bitte, aber da muss ich ja schon bereit sein, diese Instanz, deren Teil ich bin, für wahr zu halten, dass ich diese Bitte äußern kann. Also wenn jemand noch nicht so weit ist, was könnte er tun, seine Wahrnehmung, und da ist ja das Wahrheit drin, zu verändern? Also erst mal Sanftheit mit sich selbst. Und da haben wir dann das Lächeln, ja. Ja, genau. Da wirklich mal also ganz sanft mit sich zu sein und sich nicht mehr zu beurteilen oder ich blick's nie oder ich kapier's nie, sondern hey, ich hab, ich, also was mich, was mir immer total geholfen hat, wenn ich ein Problem habe, stelle ich für mich fest, okay, in der Liebe gibt es keine Probleme. Wer liebt, hat keine Probleme. Das ist so. Okay, ich scheine nicht gelügend Liebe in mir zu erfahren. Ich möchte das durch diese kleine Bereitschaft berichtigt haben. Ja, und da brauchen wir Sanftheit. Wir werden immer wieder, immer wieder in der Welt, werden wir herausgefordert und wir sind aufgefordert, schau mal, die Lektion 1 beginnt mit folgenden Worten. Nichts, was ich in diesem Raum sehe, bedeutet irgendetwas. Wow. Und dass jemand, der das zum ersten Mal hört, der denkt zwar, das hört sich gut an, kann aber ganz wenig damit anfangen. Jedoch durch diesen Schulungsweg und permanent dranbleiben, werden wir mehr und mehr in dieses Verständnis hinein erblieben. Und es braucht, lieber Götz und liebe Zuschauer, es braucht wirklich Geduld. Das machst du nicht an einem Wochenendseminar, das machst du nicht an einem, Ich lese mal kurz das Buch. Nicht umsonst habe ich vorher gesagt, dass ich seit 1995 da dran bin und heute in der glücklichen Situation bin, dies weiterzugeben. Und wer mit dieser Freude, der Liebe, wer mit diesem inneren Lächeln in Verbindung kommt, der will es einfach weitergeben. Er kann gar nicht anders. Und der erste Punkt ist, sei sanft. Sei sanftmütig mit dir selbst und sei geduldig. Es braucht wirklich Geduld, ein völlig anderes Denksystem für sich aufzunehmen, durch ein anderes Denksystem diese Welt zu sehen und noch einmal die Liebe wahrzumachen. Lehre nur Liebe, weil du Liebe bist. Du wurdest aus der Liebe geboren, du wirst in der Liebe enden und dazwischen praktiziere Liebe, damit du die Liebe erfährst. Unser Auftrag ist hier, Liebe wahrzumachen. Immer wieder. Liebe ist Licht, Frieden, Glück, inneres Lachen und majestätische aufgerichtet aufrichtig. Die deutsche Sprache ist da ja sehr eindeutig oder aufrecht, aufrichtig. Du hast ja auf deiner Homepage dieses majestätische Leben und da kam natürlich sofort auch der Gedanke an den König der Löwen, den für mich damals, als ich mein Buch schrieb, ein Schlüsselerlebnis war. Ich habe ihn noch mal angeguckt gehabt und auf einmal wurde mir klar, dass diese Illusion der Schuld, die durch ein Trauma erzeugt wurde, nämlich den Tod des Vaters, dieser Prinz, der ja sozusagen der kommende König sein sollte, das abgelehnt hat. Die meisten holen dann den Taschentuch raus und so weinen, wenn der Skala sagt, was hast du getan? Niemand will, dass das geschieht, aber wenn du nicht gewesen wärst, wäre der König noch am Leben. Und in dieser Schuld Illusion wächst er ja heran und ernährt sich als den Inbegriff des fleischfressenden Tieres, ernährt er sich von Waden und Insekten. Das heißt, er lebt sein Wesen nicht. Erst in dem Moment, wo er zurückkommt, Nala holt ihn ja dann letztendlich zurück und er erkennt, dass das eine Illusion war, seine Vorstellung schuld, richtet er sich auf und tritt sein Königtum an. Und das erlebe ich sozusagen Millionenfach oder Milliardenfach bis hin, dass Menschen ihre Unterschrift durchstreichen. Das habe ich im Arbeitsamt über 4000 Unterschriften gesehen und die Lebensgeschichten davor. Es ist sehr spannend, wie viele Menschen sich selber durchstreichen. Tiefer Überzeugung, ich bin nichts wert. Und eines der elementarsten Botschaften des Kurses in Wundern ist ja, dass Schuld die größte Illusion ist, die durch das Ego genährt wird. Und natürlich, wenn wir nach draußen schauen, wir Deutschen sind schuld, was da früher passiert ist, wir sind natürlich schuld am Klimawandel, die Ungeimpften sind schuld, dass das noch so lange dauert und dass wir jetzt alle so leiden müssen. Also dieses Schuldthema ist so tief in jedem Menschen verankert. Wie kommen wir raus aus dieser Illusion? Wie schaffen wir, dass der Sirius sozusagen vom Himmel fällt und wir es als eine Lampe wahrnehmen? Genau, also die ganze Welt, die wir sehen, ist schuld. Also das ist natürlich eine gute Frage, aber auch hier braucht es wieder Geduld. Das ganze System ist auf Schuld aufgebaut und diesen Wahnsinn, den wir jetzt einfach in dieser Welt sehen, den sehen wir einfach auf der Grundlage der Schuld. Und wir ernähren uns von Brotkrummeln und uns steht das ganze Universum zur Verfügung. Und wir glauben durch die Brotkrummeln in irgendeiner Form noch einen Gewinn zu bekommen. Ich habe mehr Brotkrummeln wie du und Schuld hat noch nie existiert und Schuld ist noch nie wahr gewesen, außer wir und da ist jeder einzelne Zuhörer jetzt gefragt und da kannst du dich immer wieder überprüfen, machst du selbst Schuld wahr? Glaubst du immer noch, dass da draußen Schuld ist? Also dass irgendein Politiker, irgendein Virologe, irgendein Beziehungspartner oder die Eltern oder die Kinder schuld sind an deiner Situation, dann hast du etwas Grundlegendes vergessen und das, was du da vergessen hast, das möchte ich dir kurz vorlesen. Ein Zitat aus dem Kurs in Wundern. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Ich wähle die Gefühle, die ich erlebe und ich entscheide über das Ziel, das ich erreichen möchte. Und alles, was mir zu geschehen scheint, erbitte ich, und ich erhalte, was ich erbeten habe. Also ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Und hier ist jeder, und ich wiederhole mich noch einmal, jeder Zuschauer gefordert. sehe ich sehe ich in diesem Politiker Schuld, Trennung, Spaltung, dann muss ich meine Wahrnehmung korrigieren. Und da kommen wir noch mal vielleicht an einen sehr spannenden Punkt, lieber Götz, korrigieren lassen. Denn ich kann es nicht. Als ich noch in meinem Selbstoptimierungswahnsinn gefangen war, wollte ich diese Dinge immer wieder selber tun. Ich muss jetzt diesen Glaubenssatz lösen. Ich muss diese Überzeugung in mir befreien. Dann habe ich mich abgeklopft bis zum Abwinken und habe die verschiedensten verrückten Dinge getan. Heute, es ist so simpel, hör bitte gut zu. Gib alles einfach nur der höheren Ordnung. Wir nennen es den Heiligen Geist, nenne es dein hohes Selbst, nenne es deine Buddha-Natur. Hey, hier glaube ich an eine Wahrnehmung der Trennung, der Schuld, der Angst, nimm du das von mir. Und das ist eine ganz einfache Technik und Methode und die wird dich in jedem Fall dorthin bringen, wo du hin willst, in den Frieden. Wenn ich mich recht insinne, spricht der Kurs ja auch immer von, wo wir von Schuld und Sünde sprechen, spricht der Kurs von Irrtümern, die berichtigt werden können. Genau, es ist nur ein Wahrnehmungsfehler, es sind Irrtümer, die berichtigt werden wollen. Und vielleicht noch ein sehr interessanter Hinweis an der Welt, die du jetzt siehst, ist nichts falsch. Es ist ein Irrtum, an den du glaubst und der berichtigt werden will. Es ist ein Denkfehler. Ich wurde vor kurzem mal, das ist schon ein paar Monate her, zum Interview eingeladen über den Tod. und dort habe ich gesagt, der Tod ist ein Denkfehler. Und das hat so viel Reaktion hervorgerufen, das war total erstaunlich. Aber wenn wir genau hinschauen, ist der Tod, wie jedes, wie alles, was wir in dieser Welt sehen, einfach nur ein Denkfehler, der berichtigt werden will. Denn du und ich, wir sind eins im ewigen Leben. Daran können wir nichts verändern, zum Glück. Wir können aber diesen seltsamen Traum weiterhin wahrmachen und darin leiden. Wir spielen ja so gerne das Spiel des Leidens, stimmt's? Und jeden Morgen, wenn wir aufstehen, ach, wo ist das nächste Problem? Und zack, haben wir es. Du kannst nur Probleme haben, wenn du sie suchst. Und wenn du dich jeden Morgen hinsetzt, mit diesem zum Beispiel, es gibt nicht nur den Kurs in Wundern, es gibt auch noch andere universelle Lehrpläne, aber ich beschäftige mich mit dem Kurs in Wundern, wenn du dich jeden Morgen diszipliniert hinsetzt. Und hier kommen wir zu einem Schlüssel. Du hast mich vorher gefragt, wie ich aus dieser ganzen Kiste rausgekommen bin. Ich habe mich einfach diszipliniert und es ist wie Zähneputzen, du musst das einfach mal beginnen und dann setzst du dich jeden Morgen hin, packst dir das Buch, liest eine Lektion auf, hörst dir vielleicht noch den Podcast von mir an, muss nicht sein, aber du beschäftigst dich morgens, beschäftigst dich, du dich schon mit Informationen, die hilfreich für dich sind und deinen Geist klären, bis du mal irgendwann auf den Punkt kommst, hey, wie konnte ich mein Lächeln vergessen? Das heißt tatsächlich jeden Morgen sich, und sei es nur der Gedanke oder die Frage, was will ich heute in der Welt sehen? Ja. Will ich mich wieder aufregen, was sie da oben am Himmel verspritzt haben, dann will ich die neueste Schweinerei aus Berlin wahrnehmen und die vielleicht auch vielfach teilen oder sonst was. Ich habe jetzt gerade jüngst auf Facebook gesagt, ich werde mir jetzt ein Schweigegelübde auferlegen, um meine Energie woanders hinzulegen, nämlich ein Baum, der fällt, macht viel Krach, mehr Krach oder ganz anders als ein Wald, der wächst und dieses Welche Welt will ich heute sehen? Das ist ja schon diese Frage, wenn ich damit morgens beginne, welche Welt will ich heute sehen? Ja, genau. Was will ich heute wahrmachen? Und das setzt etwas in mir in Bewegung. Und vielleicht hier nochmal, mein lieber Götz, und nochmal an alle Zuschauer, den Gedanken, den ich jetzt denke, steht der ganzen Welt zur Verfügung. Ich habe keine privaten Gedanken und jeder lichtvolle Gedanke, den ich hereinbringe, steht der ganzen Welt zu verfügeln. Und wenn diese Frage, welchen Tag möchte ich heute erfahren? Ich setze das Ziel an den Anfang. Ich setze das Ziel an den Anfang. Ich möchte heute glücklich sein. Wow, das ist doch mal eine wunderbare Grundlage, mit der wir in den Tag starten können. Und dann kann ich mich immer mehr und je öfters ich das übe, werde ich mich immer mehr daran erinnern, hey, ich will ja heute glücklich sein, also brauche ich andere Gedanken. Ich kann doch mir nicht immer wieder dieselben Gedanken denken und erwarten, dass sich irgendetwas verändert. Ich brauche andere Gedanken. Und dann sage ich mal, gibt es ja noch den Spruch, Lehre, was du lernen willst. Das heißt, wir wollen lernen, eine andere Welt zu erschaffen. Also lehren wir, dass wir die Erschaffer sind dieser Welt. Okay, wir können, du hast am Anfang gesagt, alles, was vergänglich ist, ist Illusion. Und wenn man Quantenphysik ernst nimmt, es gibt eben diese Materie, wie wir sie uns vorstellen, gibt es ja überhaupt nicht. Je tiefer eindringend in die Materie, löst sich alles eigentlich im Geist auf. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass wir eine andere Illusion an die Stelle setzen. Also durch unseres Schöpferseins setzen wir die Illusion jetzt im Vergänglichen der Verbindung, der Kreativität, der Freude, des Teilens, der Vergebung, weil eigentlich muss nichts vergeben, weil keine Schuld da ist und trotzdem lebe ich die Illusion der Vergebung und mich davon freizumachen, was mich bisher in Ketten gelegt hat. Denn Schuld sind Ketten. Genau. Also Vergebung ist das Werkzeug hier in diesem Traum, um uns von diesem Traum zu erlösen. Und jeder liebevolle Gedanke dehnt sich in der ganzen Welt aus. Und dann kann es sein, dass irgendwo in Australien irgendjemand ist, der völlig verzweifelt ist und plötzlich dieses Licht empfängt, dass du bereit bist hereinzubringen. Und so sind wir hilfreich und wir sind nicht hilfreich, indem wir ständig diese Probleme immer wieder wahr machen. Und dieser Satz Lehre, was du lernen willst, der muss richtig verstanden werden, denn du lehrst ständig. Entweder lehrst du ständig Dunkelheit, stürzt dich in jede Information, die irgendwo auftaucht, jawohl, und dort sind die Bösen und ich bin der Gute, da draußen sind die Bösen, das ist doch lächerlich, oder? Langsam wird es lächerlich. Ich lehre ständig, ich lehre entweder die Dunkelheit, die Trennung, oder ich lehre das Licht, die Liebe. Und das ist die Entscheidung, vor der wir immer wieder stehen. Und alles andere ist tatsächlich lächerlich. Es hat keine Bedeutung. Es macht nur, es bestätigt dich nur, es bestätigt mich nur oder uns nur in unserem Selbstgefühl, in unserem domestizierten Geist. Wir haben uns unterworfen einem Denksystem des Sklaventums. Und der beste Sklave ist derjenige, der glaubt, dass er frei ist. Und natürlich ist er dann unterwegs, jawohl, ich bin frei und ich kämpfe gegen dies und jenes. Das ist keine Freiheit, das ist die höchste Form des Sklaventums. Und wer in der Welt noch kämpft, der hat jegliche Hoffnung verloren. Denn er findet im Kampf keine Hoffnung. Und derjenige, der sich geistig neu ausrichtet, neu orientiert, sich sein Herz vertrauensvoll in alles öffnet, was ihm begegnet, der muss die Welt nicht mehr planen. Ein geheilter Geist plant die Welt nicht. Nur ein Geist, der ständig in Verwirrung ist und nicht weiß, was er tun soll, der muss sich ständige Pläne setzen. Ein geheilter Geist muss nichts mehr planen. Was ich lehre, das lerne ich. Und im Moment, wenn man den Analysten traut, steht ja auch zum Beispiel so ein Finanzcrash vor der Tür oder ist eigentlich schon im Laufen. Das heißt, wir leben in einer Zeit, da die Sicherheit, diese Illusion der Sicherheit im Außen sich gerade vor unseren Augen auflöst. Und das macht natürlich einen Haufen Leute Angst. Angst, Angst, Angst. Ja, das Wort Existenz, unsere Existenz ist bedroht, was schon in sich vollkommen oder Schwachsinn ist. Ja, unsere finanzielle Möglichkeiten sind bedroht oder so, aber doch niemals unsere Existenz. Aber dass jetzt sozusagen durch dieses ganze Schauspiel uns bewusst gemacht wird, es gibt da draußen keine Sicherheit. Es gibt da draußen keine Sicherheit, sondern nur in uns. Genau. Wenn jemand noch Geld hat, dann sollte er sich Dinge jetzt zulegen, die seine Freude mehren. Sei es ein Musikinstrument zu kaufen oder irgendetwas, was er mitnehmen kann, jetzt auch schon gebrauchen kann, um die Freude in seinem Leben zu erhöhen, aber ja nicht, ich brauche Sicherheit, ich brauche immer so ein Polster, ich brauche immer noch ein Bankkonto. Leute, wenn es von heute auf morgen weg ist, was denn dann? Was denn dann? Ich meine, es wird sowieso irgendwann weg sein. Ja. Aber die heutige Situation ist ja eine wirklich wunderbare Chance, denn sie zeigt uns, dass es noch nie, noch nie, noch nie in der Welt irgendeine Form der Sicherheit gab. Die Sicherheit, nach der wir suchen, die ist in uns, in unserer Existenz. Und je mehr ich beginne, mich mit dem Göttlichen zu identifizieren, was ich jeden Tag tue, desto mehr bin ich, desto in einer tieferen Sicherheit befinde ich mich und ich muss nicht mehr im Außen nach Sicherheit suchen, denn die Welt hat mir nichts zu bieten. Sie und das ist etwas Elementares und das müssen wir grundlegend verstehen, sonst kommen wir keinen Schritt weiter und eine bessere Gelegenheit wie jetzt bietet sich nicht mehr. Die war schon vor 50 Jahren da, aber heute ist sie erneut da und deshalb warte nicht mehr, mach keine Zeit mehr, damit die Zukunft irgendwie besser wird, sondern hole die gegenwärtige Zukunft hierher und beginne dich majestätisch aufzurichten und durch das Licht Gottes zu leuchten. Beginne zu strahlen, beginne zu leuchten, denn du bist, und ich wiederhole es wieder, das Licht der Welt. Und wenn dies vielleicht noch etwas als unmöglich erscheint oder diese Worte weit hergeholt sind oder für dich unglaubhaft sind, das spielt keine Rolle. Irgendwann wirst du zu dieser Wahrheit gelangen. Warum denn nicht jetzt? Ich habe erst nach dem Theologiestudium den wahren Jesus sozusagen entdeckt und zwar in einem Satz im Johannes-Evangelium 14,12 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mir vertraut, Luther hat Glauben über sein, wer an mich glaubt, aber Vertrauen ist Vertrauen, wer mir vertraut, wird die gleichen Dinge tun, die ich tue und er wird größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Und da wurde mir einfach klar, der Jesus wollte uns erinnern, wer wir wirklich sind. Augenhöhe, kein Sockel, keine Einmaligkeit, also in dem Sinne von, und das ist das, was für mich auch als einer der wesentlichen Geschenke war, die mir der Kurs in Wundern noch sozusagen übermittelt hat, dieses Jesus-Wort sozusagen mit, nochmal mit Fleisch oder wie auch immer, also zu füllen und nochmal zu vertiefen, nein, ich bin kein Schaf, das dem Hirten zu folgen hat und zu plöken oder so, sondern ich bin Teil dieses Christus, wenn ich bereit bin, mich dieser Wahrheit zu öffnen. Genau, ja, danke, das ist so, das ist auch eine gute, einfach, einfach letztendlich kann man das auch so als Schlusswort nehmen, hey, das ist es und nur darum dreht es dich und beginne dich einfach wieder daran zu erinnern. Ja, erwachen ist erinnern, im Prinzip. Gottfried, vielen, vielen Dank und mögen viele jetzt das Lächeln lernen als Ausdruck der Sanftmut mit sich selber, der Güte, der Barmherzigkeit, der Liebe anstatt der Illusion, der Schuld und damit der Trennung und damit der Angst, weil aus Schuld erwächst natürlich immer wieder Angst und Angst ist der größte Manipulations Resonator überhaupt. Lieber Gottfried, vielen, vielen Dank, dass du das so wunderbar einfach, was ja bei dem Kurs nicht so einfach ist, rübergebracht hast und möge deinem Podcast viel, viele Menschen erreichen. Vielen, vielen Dank nach Karlsruhe. Karlsruhe. Ja, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke. Ja, ihr Lieben, im Lächeln liegt also ganz, ganz viel. Und es ist nicht dieses esoterische Ich darüber schwebe und Licht und Liebe und sonst was, sondern das tief gegründet sein und die völlige andere Wahrnehmung unserer selbst und der Welt, die wir durch unsere Projektion erschaffen. Ich danke für die Energie eurer Aufmerksamkeit für heute und sage Tschüss. 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 Tschüss.